Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Wartefolge Minecraft Spende. Zusammen mit der Christina, der alten Schwert-Troller hier. Hallo. Kuckuck. Kuckuck. Durch. Durch. Du schlägst dir die Luft. Du schlägst dir die Luft. Warum schlägst du die Luft? Weiß ich nicht. Du bist ja komisch. Geh mich prüseln. Ciao. Aluminium-Block. Alter, ich hab hier so viel Zeug mit mir. Ich muss erstmal mein Inventar klären. Christina geht sich hauen. Ja. Wir brauchen noch Skelette, Creeper und Endermänner. Okay. Das ist sehr uncool. So, ich muss erstmal ganz kurz hier. Wobei ich wollte, ich wollte, ich wollte, aber das kann ich nicht im Ball machen. Ich wollte nämlich hier Hardener Clay. Aber ich finde das immer so cool. Hardener Clay. Hier ist kein einziges Zombie. Ne, ist ja bei mir auch Tag. Warten wir auf Nacht, ich komm zurück. M-V-Connector. Das heißt, wir brauchen drei Ingots. Das gibt's doch gar nicht. Die hab ich gerade weggeschmissen, ne? Lol. Ähm, ich mach mir auf dem Weg mal eine neue, ein neues Schwert. Auf dem Weg nach Hause? Ach, was haben wir denn hier? So, das können wir dann noch reinpacken. Was brauchen wir denn noch? Hast du noch Papier übrig? Papier? Ja. Äh, unten in der Kiste auf jeden Fall waren noch drei, äh, Zugauer. Okay. Hier, ähm. In den Kiste hier. In den Kiste? Meine ich zumindest. Ja. Die hab ich sogar letzte Folge, glaub ich, selber da reingeschmissen. Cool. Läuft bei dir. Ja. Ich brauche Sand. Warum brauche ich Sand? Warum brauche ich Sand? Eins, zwei... Weiß gar nicht, wie viel Sand brauche ich denn? Zwei? Wie sieht das eigentlich, ähm... Blau. Oh, ich hab irgendwas gedrückt gerade. Ist grad alles weg. Oh, nee. Weißt du, was ich wieder getan hab? Du hast die Aufnahme beendet? Nein. Vollbildmodus. Die letztes. Oh, nice. Hallo. Na, immerhin etwas. Die Taste F11 war das wahrscheinlich, die du gedrückt hast. Ja. Ja, das ist voll in Ordnung. So, jetzt muss ich ganz... Was wollte ich machen? Ich wollte... Ich wollte... Scheiße, ich komm nicht drauf. Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Jetzt muss ich mal grade hier... eine Transfer-Mode. Transfer... Transfer... Transfer-Pipe. Transfer-Pipe wollte ich machen. Will ihr das? Achso, den muss ich... Jetzt weiß ich, was ich wollte. Hä? Hä? Wo denn? Da. So, dann wollen wir nämlich weitermachen im Quest-Book. So habe ich mir das überlegt. Ich mach mal eine Transfer-Pipe und dann können wir uns wieder irgendwas aussuchen. Energy Conduit, Liquid-Pipe, Transfer-Pipes oder Loot-Chests. Die Loot-Chests waren ja bisher nicht immer scheiße, ne? Ja. Steine-Glass und Stone-Slap. Dieses Maniolin, ne? Ja. Kriegen wir das hier leicht ohne Nether? Oder muss man das sieben? Ja, das musst du sieben und zwar aus... ...gehämmerten... Wie heißt es denn? Ich habe es doch schon mal ausprobiert, weil ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt. Ähm, aus Nether-Gravel letzten Endes. Das heißt, du kannst den normalen Nether-Stein machen, indem du quasi hier Lava reinkippst in diesem Barrel. Ja. Da kippst du Lava rein und dann packst du da ein Redstone rein. Aber bitte noch nicht machen, weil wir haben noch nicht so viel Redstone. Da warte ich drauf, dass wir ein bisschen mehr Redstone bekommen. Und dann hast du diesen normalen Nether-Stein da drin und den kannst du klein hämmern, wie alles andere auch. Und dann machst du Gravel draus und jetzt Gravel kannst du wieder sieben und dann hast du da die Hoffnung, dass du da eben die Komponenten für das Menü... Wie heißt das? Maniolin. Okay. All, all, all. Also Kobalt und... Genau. Das andere. Dass du das da eben rauskriegst und das ist eben halt der Hintergrund, weswegen ich ditte... Da würde ich sagen, gehe ich noch eine Runde sieben wegen Redstone, ne? Ja, hier draußen die Tolla, die ist auch schon am sieben ganz fleißig. Ich muss nur mal gucken. Das ist hier so ein bisschen blöd aufgebaut, ne? Etwas doof, etwas doof, etwas doof. Warte mal nochmal. Redstone kriegt man auch das Kies ganz normal, ne? Äh, Staub. Staub. Wie macht man den Kies nochmal zerhauen, ne? Ja, ne Sand. So, das ist doch schon mal Nizza. Dann können wir nämlich hier der Gerät anschließen, MV Wire Coil. Das klopfen wir da dran. Nein! So. Und dann können wir nämlich... Den Onkel einmal hier dran hämmern. Erstmal so ein bisschen platzsparend bauen. Können wir da nicht? Nein. Okay, dann... Oh, Idiot! Ey, das gibt's doch gar nicht. So dusselig kann auch nur der Poppy sein, ne? Ist das so? So, bitteschön. Nochmal. Hallo Maus, was ist denn heute mit dir los, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Sand kann ich dann... Schade ist, dass du das, was du rausgenommen hast, nicht wieder reinlegen kannst. Das finde ich echt ein bisschen schade. So, das heißt, ich bräuchte dann nochmal Roller. Autsch! Autsch! Wieso? Was hast du Autsch gemacht? Bittesch mich hier von hinten an, der Penner. Ich war das nicht. Ich bin, äh, raus. Kann nicht mehr laufen, muss rein. Blech, ne? Das ist in der Tat doof. In der Tat. Ihr blöden Opfer. Ihr Opfer. So. Das heißt, er bekommt wieder Saft. Wir generieren wieder... Das ist schön. Wir generieren mehr Strom, als wir verbrauchen. Aus dem einfachen Grund, weil nur eine Maschine läuft. Aber immer noch. Es laufen beide Maschinen und wir haben immer noch mehr Strom, das wir generieren. Voll geil! Oh, ich höre was. Dich kenn ich. Ohne zu wissen und ohne zu sehen, wer da ist. Aber ich kenn dich. Mv-Wire-Coils. Deswegen hab ich die... Äh, Wire-Coils. Seid schon. Konnektoren. Deswegen hab ich die extra gemacht. So. Einmal von da nach da. Und jetzt müssen wir einfach erstmal ganz kurz überlegen, wie machen wir das erstmal am geschicktesten. Ich würde sagen, wir ballern da einen Konnektor dran. Alter, leckt das hier. Hallo! Ja, ja. Bei mir gerade auch extrem. Ich geh mal schlafen wegen den Zombies, ja? Wäre vielleicht eine Maßnahme. Eventuell. Geil. So, kann man den Stein jetzt hier auch wieder reinsetzen? Ich glaube, ne? Das geht. Zack! Oh, geilo. Dann sieht das nämlich nicht ganz so scheiße aus. Was? You cannot connect this wire here? Willst du mich verarschen? Wieso kann ich denn da kein Kabel mehr anschließen? Oh Leute, das kann doch nicht wahr sein. Alter, leckt das. Das ist Hammer, ne? Jetzt geht's wieder. Krass. Wieso geht denn das? Wieso, hä? Das war doch sonst nicht so. Aber es ist gut zu wissen, dass es nicht nur an mir alleine liegt. Ich treffe noch nicht mal mehr das Loch hier oben. So. Kann nicht durchgehend so eine Sandbarriere aufbauen, weil es leckt und immer Löcher dazu sind. Das ist echt krass, ey. Capacitor. Basic Capacitor. So, wir brauchen ein Basic Capacitor. Den habe ich aber, glaube ich, sogar. Oder ist das eine Quest? Das ist, glaube ich, auch eine Quest, ne? Kann ich ja zumindest mal einen bauen. Das heißt, nee. Erst machen wir hier die Transfergeschichte. Oh, nein. Was los? Mein OBS nimmt die ganze Zeit schon wieder nicht auf. Oh, super. Das gibt's doch nicht. Da könnte ich heulen, ey. Das glaube ich. Beziehungsweise Standbild, glaube ich. Also... Hä? Der nimmt immer nur das Standbild auf. Warte mal, sag mal nichts. Ich stoppe mal grad die Aufnahmen und tu dann wieder starten. Ja, jetzt stoppt der die Aufnahmen wieder nicht. Super. Gibt's doch nicht. Super, klasse. Dann machen wir für dich noch eine extra Folge. Dann ist das so. Leute, dann haben wir wieder mal... Warte, 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 warte. Eine Folge... Läuft wieder? Beide gleich. Läuft wieder? Was? Ja, aber wieder nur dieses komische Standbild. Hm. Das ist in der Tat doof. Okay, Leute. Ihr hört jetzt nur noch Ton. Schwarzbild und Ton. Die zwei Minuten kriegen wir jetzt noch rüber für den Olli. Okay. Energy Conduit. Da nehme ich, glaube ich, die Energy Conduits. Aber die Transferpipes, die sind da relativ billig. Dann wähle ich den aus. All it clear. All it clear, alter. All it clear, alter. Auf der Entreatorien. Das war's. Mehr haben wir nicht complete. Okay. Dann brauchen wir noch einen Regulador. Lavamill. Weather Siren. Oh, cool. Temperature Regulator. Temperature Regulator. Da ist er. Regulator. Cooling Coils. Ach, dafür brauchen wir diese Free Swords oder diese Diamond Shards. Okay, das mache ich, glaube ich, offscreen. Das berate ich offscreen vor. Deshalb dauert mir zu lange. Okay, das Spiel geht wieder weiter. Das Spiel geht weiter. Das Spiel läuft. Aber wieder nur noch in diesem kleinen Bild. Ey, ich werfe OBS echt in den Müll. Das hat mir Doors Folgen kaputt gemacht und macht mir Stranded Folgen kaputt. Schäme dich! Tötet es! Tja, nicht alles, was kostenlos ist, immer gut. Ja. Muss man ja mal so sagen. Genauso wie diese blöden MV Wire Coils. Okay, pass auf. Da mache ich erstmal einen neuen Capacitor. Kappa. Kappa. So, pass auf. Basic Capacitor. Ist das nicht auch eine Quest? Habe ich eben schon mal gefragt, ne? Basic Dawn. Basic Capacitor. Ja. Doch, 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 doch. Basic Capacitor. Okay. Okay. Das heißt, ich brauche... Basic Capacitor. Gold und Kupfer. Gold, Kupfer und Redstone. Vier Gold. Ein Kupfer, zwei Redstone habe ich das. Vier Gold. Oh, das letzte Gold. Ein Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer. Ein Kupfer und zwei Redstone. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Und... Bam. Nice. Den hat er jetzt erkannt. Jawohl. Die müssen wir craften. Oh, ich bin rot. Woo. Die Christina ist stumm und ich bin rot. Ja, ich bin am Stern hier. Haha. Also immer wenn Christina ruhig ist, dann stirbt sie. Okay. Läuft bei ihr. Nicht. Oh Mann. Ne, läuft bei mir grad echt nicht. Nur Kacke hier. Das merke ich schon, Schätzlein. Das merke ich schon. So. Basic Capacitors. Was war noch? Redstone Servo. Was brauchen wir dafür? Redstone. Haben wir die hier irgendwo stehen schon? Servo. Dafür brauchen wir... Ach, das ist ja leicht. Iron und vier... So. Das Spiel ist jetzt ein bisschen gequetscht, aber hauptsache ihr seht wieder was. Iron. Kann sein, dass die Folge morgen und übermorgen dann auch so kommen, aber weil wir nehmen ja immer am Stück auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das heute noch gefixt kriege. so. Complete und ein Light Engineering Block. Oh Gott. Habe ich den schon mal gebaut in meinem Leben? Weiß ich gar nicht. Light... Hast du die Zeit im Auge? Ich habe natürlich jetzt keine komplette Zeit, ne? Pinering. Ja, wir haben noch so ein bisschen... Kupfer. Ich brauche wieder Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. 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 Zwei, fünf Kupfer und... Acht, zwölf Eisen. Eisen ist ja kein Thema, aber Kupfer... Kupfer, das ist das leidige Thema. Ja, kein Kupfer. Ja, genau. Hier, warte. Geht das? Was war das? Ja. Geht nicht. Bei mir schon. Jetzt geht's. Weil ich eben in der Kiste gewesen bin, deswegen ging das nicht. Achso, okay. Kupfer. Muss ich erstmal gucken, dass wir Kupfer kriegen hier. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer... Oh, ich hänge. Ein Monsterlag. Monster, Monster... Oh, Alter, wieso ist das denn so heiß jetzt? Nur weil ich mich so ein bisschen bewege? Das ist doch voll doof. Ich ernte mal unser Feld ab, bevor wir wieder alles verdorrt hier, ne? Ja. Jetzt können wir uns auch mal angewöhnen, wenn wir vom Server runter gehen, dass wir einfach mal das komplette Feld abbauen, dass wir hier keinen Verlust haben. Also die rechte Seite brauchst du ja nicht abbauen. Ne, ist richtig, aber diese normalen Weizenkörner hält, ne? Genau. So, Bronze. Ähm, vier Red Zonen habe ich nur bekommen, okay. Immerhin, besser als gar nichts, ne? Kupfer. Kupfer haben wir schon. Tin, 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 tin. Rintintin. Kupfer, haben wir auch noch mal ein bisschen was? Läuft. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Folgenpause und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge von Minecraft Stranded zusammen mit der Christina, die dann hoffentlich ihr Aufnahmeproblem in den Griff bekommen hat. Und dann sag ich mal... Ich hab die Abkürzung genommen. Alter! Sag ich mal, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Schaut bei Christina mit vorbei, die ist hier irgendwo verlinkt gerade. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss! Tschüss! Tschüss!